hallo und herzlich willkommen bei RedDogCamp. ich bin heute direkt nach dem Ticket. allerdings habe ich das Ticket schon. ich habe das spiel installiert Azur Lane und dann habe ich erst mal ein update installiert. das waren 5 gigabyte und ich denke mal da waren die zehn minuten schon vorbei. also ich höre mir schon ein Ticket ab und will dann jetzt das spiel Azur Lane. also viel spaß ok und wir sind da. es geht los mit Azur Lane. Lane, Lane, Lana, wie auch immer. ich würde erstmal hier die ganzen roten punkte abholen. roter punkt, roter punkt. jawohl. da ist noch ein roter punkt. das war es. oh, schwer so viele Lied. nein. so ein Mist. wir müssen wieder wegkriegen irgendwie. gut, dann werde ich dann werde ich gleich erstmal schauen, wie ich die wegkriegen könnten tun haben lassen sollen. äh erstmal bei Depot schauen. Depot? ne, nicht Depot. das war Doc. Doc war es. genau. 140 von 150 sortieren ich kann die irgendwie nicht nach Namen sortieren. das finde ich oder ist das für die legendären habe ich zum verbessern welche so köln kann ich köln aufwerten? ne, nicht aufwerten. was war denn das gewesen? schon lange nicht mehr gespielt. das war das. Limit Break muss Level 10 sein. ok. Level 10. sieh hier. Kaisruhe. auch Level 30. ok. Königsberg auch Level 30. die haben wir nur einmal. die hier. wir haben es auch Level 70. auch Level 70. ich glaube ich mache einfach die schwächsten Leute hier und ich werde sie jetzt ein bisschen mal hochleveln. damit ich einfach ein bisschen mehr Platz bei mir kriege. weil ok. ich habe noch neun Plätze. die sind aber sehr schnell weg. was haben wir hier noch für ein Geschenk? Hauptquartier. Academy. Öl kann ich nicht. ich habe zu viel. ich kann nur 5600 Öl haben. und ich habe 23.000 Öl. also bei mir gibt es Öl im Angebot. ich kann nur 2. ich kann nur 2. ich kann nur 2. ich kann nur 2. ich kann nur 3. Talente Upgrade Einen habe ich Okkili Okkili Start Darf ich noch Maximal 4 Einen habe ich schon an Lauf Da ist noch 3 Gut, gut, gut Was hat der noch? Talent Perfekt Hier haben wir noch 10 Stück Trading 3 3 Max Alles angekommen Perfekt Warum ist da immer noch der rote Punkt? Was kann ich denn hier noch machen? Was kann ich denn hier noch machen? Oh, so es gehen doch 10 Ich kann 10 machen aber nur 4 trainieren Umsonst Egal Mission Weiter gehts, weiter gehts 30 Minuten, 8 Stunden 30 Minuten, 8 Stunden Er hat denn über 30 Minuten Vielleicht kriegt ihr den ja noch fertig Na Ok Dann hat er den 3 Stunden Egal 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 Ja Okk 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 Da waren wir doch gerade schon. Ah, hier und da. Ist hier etwas umsonst. Ich denke nicht. Ist immer noch da. Okay. Ich wollte jetzt mal rausgeholt. Aus dem Training. Jetzt Hauptquartier. Nice. 70. Jawohl. Okay. Sie muss raus. Ich glaube das war es. 70. Raus. Er geht raus. Oder sie geht raus. Und es kommt rein. Sortieren. Danach. Köln geht rein. Wohl. Ne. Lieber nicht. Köln geht wieder raus. Ich nehme lieber etwas Blaues. Hm. Wo habe ich immer viele von. Chicago habe ich gerade drin. Ne. Sie ist glaube ich mit 30. Ne. Schauen wir sie rein. Gut. So fährst mal Auto. So. Ihr macht mal hier Livestreaming. Genau. Kann ich noch nicht erweitern. Schade. 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 Ich habe hier immer noch. Ah. Ich muss Essen geben. 3000, 2000 und 1000 habe ich hier. 2, 3, 5, 6. Ich habe hier. Sprasz. Schade. Schade. Woh. 44. 45. 24. Okay. Das Essen läuft. Mission. Dann haben wir schon die Mission. Okay. Setting, das brauche ich. Wette. Ah, erst mal Formationen müssen wir erst machen. Ich wollte doch die schlechten. Achso. Habe ich die schon drin? Ich brauche ja immer einen starken drin. Ich brauche nur. Hmm. Hmm. Okay. 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 so dann schauen wir mal nach gucken wir das ist 70 70 die hat 70 die ist voll 5, 4, 3, 4, ach mensch hier sind die gesperrt sie noch dazu jetzt brauche ich einen starken kämpfer nehmen wir chicago ah dies war in der trainings halle ok hier haben wir 6, 7 und einen starken gegner mit streiter das max level s6 und dann hier ist gleich noch mal die zwei schwachen schweig schwache kaku galate ich glaube die ist voll wieder ist voll mit drei stellen versetzt sich es ist chicago noch gar nicht voll dann ist die ja auch nicht voll drei stellen oder 70 mit der stefan ein stern 10 zwei sterne 30 und drei sterne 70 dann nehme ich jetzt hier dann nehmen wir jetzt hier und eine starke person 70 keine ahnung wie weit das da geht dann geht es jetzt los nicht mit dem her dann kann man hier zurück escape 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 da habe ich nur ein stern äh zwei sterne da habe ich alles clear dann lassen wir es einmal durchlaufen schauen wir sie mal kommt wie sich der computer macht mit dem etwas schwächeren und einen starken ich hoffe er schafft es ich freue mich Da geht's so bam 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 bam. Ja, ja, ist gut. Keine Daumen. Zwei Daumen. Halt. Ja, warte. Ja, warte. Ja, warte. Warte. Ja, warte. Ah, da war nur noch ein Schuss. Geht doch. Hier sie! Ah, nur A. Also zwei Stände krieg ich höchstens. Ships, out on fire, yeah! Du bist alleine. Hast da noch drei Leute hinten? Jawoll! Jawoll! Spar! Auf zwei! Spar! 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 Oh oh! Hinten ist gleich einer kaputt! Oder eine! Ah, da nimmt die Top Beerus mit! Spar! Ich steuere nur den Computer! Ich steuere nur den Computer! Ok, und Top Beerus unterwegs! Die Bombe! Jawoll! Oh! Down! Nein! Nein! Du solltest doch wechseln! Ach! Ich hätte auf Switch drücken müssen! Ok! Mhm! Um! Komm schon, komm schon, let's go. You got it. Tepperos. Don't worry. Und... ...webomben. geschafft ich muss aber einmal auf Switch drücken Switch und Auto wieder vorangegriffen hab ich gar nicht gesehen den Boss los Sieg nur wir sie haben sie 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 in Und das nicht, oder? Ja, ich hab mich geholfen... Und da, ich hab ihn verктieren. Drei Torpedos nur noch. Was sind das für Torpedos? Leider keinen getroffen, aber die sahen schon fett aus. Oh oh. Ja, nicht geschafft. Mache ich einmal Switch, Auto rein. Ich habe gerade gesehen, ich schieße mit Wassermelonen. Ne, jetzt nur mal Schüsse. Sie sah gerade aus wie Wassermelonen. Da. Da wieder Wassermelonen. Loll. Da. 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 Ne, nicht geschafft. Letzte Chance, ich denke mal, das werde ich leider nicht schaffen. War vielleicht noch ein bisschen zu schwer. Boah, alles weggepumpt. Jetzt kommt der Boss. Also, das war's. Ne, es geht noch mal. Dann hat sie nicht gedacht. Das war's. Oh, und? Gleiches sind mein Schiff auch down. Das war's jetzt. Exit. Ja, leider nicht geschafft. Dann würde ich mal sagen, ich fühle mir jetzt die letzten Missionen hier nochmal ab, die fertig sind. Ja, und nochmal ein Charakter. Okay. Das war's dann. Dann würde ich sagen, Dankeschön für's Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn wir noch nichts von dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020